. . . . . . . . Wir machen heute den Titac-Dance, weil es uns wichtig ist, das Verhältnis zwischen Roma und der Schweiz symbolisch zu entgiften. Es ist Frühling, alle machen Saftkuren oder schauen, dass es einem körperlich besser geht. Und das möchten wir jetzt auch machen. Das ist ein Verhältnis zwischen der Schweiz und der Roma, das ja doch ein sehr behaftetes Verhältnis ist. Still don't get it. Detox-Dance ist eine Performance, die das Roma-Gems-Session-Kollektiv entwickelt hat letztes Jahr. Und wir machen heute, weil wir aufmerksam machen auf die Ausgrenzungspolitik, die seit Jahrhunderten gegenüber der Roma praktiziert worden ist und wird in der Schweiz. . 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 Die Polizei ist sehr racisten gegen die Roms. Sie sind nicht da, um uns zu helfen. Wir sind nicht als normaler Menschen, weil wir Roms sind. Vielfalt ist einfach. Vielfalt ist einfach. In der Schweiz werden Roma immer im Zusammenhang mit Problemen wahrgenommen. Wir möchten, dass die Situation sich ändert. Wir sind Kulturträger und wir sind ein wichtiger Teil der Schweiz. Kultipäe, naikipäe. Kultipäe, naikipäe. Erinnerung der Stadt vergessen. Die Geschichte muss erzählt werden können. Hier im Bundesarchiv finden wir viele Dokumente, wo die schweizerische Geschichte der Roma eine Politik von Ausgrenzung und Abwehr belegen. Kultipäe, naikipäe. Kultipäe, naikipäe. Nothing about us, without us. Nothing about us, without us. Nichts über uns ohne uns. Es ist eine Frage der Politik, was ein Kind über sein Land lernt. Es gibt viel Neugeschichtsforschung, die in die Schulbücher, in die Institutionen kommen. Und das würde passieren, wenn die Anerkennung akzeptiert würde. Detox. Skitterland. Stopp. Racism. Against. Roma. Stopp. Stopp. Es ist wichtig, dass die Roma-issue ernsthaft als ein politisches Problem akzeptieren.